Hallihallo, ich habe mal wieder einen kleinen Geschwindigkeitsvergleich gemacht auf meinem uralten Dell Dimension. Der hat nur einen Prozessor, ist mittlerweile 10 Jahre alt, baue ja so um die 2005. Da habe ich drei alte IDE-Festplatten ausgegraben, auf der einen war noch Windows XP ursprünglich drauf. Ich habe jetzt mal drei Linux-Betriebssysteme aktuell installiert und mal geguckt, wie schnell sind die vorab gesagt. Die sind ungefähr gleich schnell, macht keinen Unterschied, kommt auch darauf an, automatische Login oder nicht. Oder wie schnell waren die Festplatten, die sind ja, wie ihr seht, nicht ganz identisch. Wir hätten als Kandidaten Debian 8 mit XFCE, das mache ich zuletzt. Dann haben wir Chromixium mit Openbox, das ist quasi ein Ubuntu-System. Da fällt hinten die Festplatte vor Schrägschirm um. Ja, das ist ein Ubuntu-System, basiert auf Ubuntu 14.04 Langzeit-Version. Und wir haben last but not least, da wo früher XP drauf war, da habe ich mal Linux-Mint. Auch in der XFCE-Version, alle drei Platten, selbst die, die hinten abgestürzt ist, in der 32-Bit. Mal kurz den Vergleich angeschaut. Ihr seht, die brauchen alle so um die Minute. Freut mich sehr, dass die mittlerweile alle gleich fix sind. Finde ich gut. 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 Ich hoffe, dieser Test war hilfreich. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut.